Mein Name ist Ute Schröder. Ich bin Ihre Referentin zu dem Seminar die E-Bilanz optimal vorbereiten. Die Inhalte der E-Bilanz umfassen zum einen die gesetzlichen Grundlagen der E-Bilanz, der Umfang der zu übermittelnden Daten und zum anderen wollen wir natürlich wirklich in die Umstellung gehen und wirklich gucken, wie kann der Umstellungsfahrplan auch individuell für Unternehmen abgestimmt aussehen. Das umfasst zum einen den Umfang der zu übermittelnden Daten in der Taxonomie, ihr Jahresabschluss mit der Bilanz und G&V, aber auch die zusätzlichen Bausteine wie steuerliche Überleitungsrechnungen und die Kapitalkontenentwicklung. Hier wollen wir wirklich Licht in das Dunkel bringen und intensiv daran arbeiten, was Sie als Unternehmen tun müssen und ich würde mich wirklich freuen, Sie in diesem Seminar wiederzusehen und Sie zu begrüßen.